So, ich zeige euch jetzt mal einen Geheimweg, den ich letztes Mal gesehen habe. Scheiße, ich glaube, ich bin falsch abgefahren. Ja, ich bin falsch abgefahren. Das ist der falsche Geheimweg. Ja, so. Ja. Hahaha, den wollte ich dir nicht hier zeigen, ja. Scheiße, geht's nicht mehr runter. Hoppala. Ach nee, das war ein anderer Geheimweg. Hallo, du bist wieder hier. Hahaha, ups, das war falsch. Ich dachte, der fährt wohin? Also ich dachte, wie kommen wir mit irgendwo hin? Das war schnell. Das ist immer ganz schnell los hier. Da kommt ein Trottel. Skillbraust halt, ne? Für die Scheiße. Weil sonst raut es sich irgendwo auf und dann ist Ende im Gelände. Und das ist wörtlich so gemeint. Da kommt er nicht durch. Ich kenne den Weg ja schon wie meine eigene Horschentasse, sagt der André jetzt. Tschüss. Seht ihr das? Und das ist Skill, Leute. Das ist Skill. Und das muss man lernen. Aber der weiß natürlich auch, wo ich bin. Hahaha. Das ist aber heute gut. Mein lieber Scholl, die krieg ich ja heute gar nicht... Nein! Nein! Das ist natürlich jetzt dermaßen problematische Situation an dieser Stelle. Hahaha. Das ist an dieser Stelle eine sehr, sehr große problematische Situation an meiner Stelle erst mal. Ja, meine lieben Damen und Herren, die Frage ist, wer hat da gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das vergessen, dass es hier so ein Loch ist. Für die sie fragen, ja, auf RLO 2.0 ist es gefixt, auf RLO 1.0 nicht. Ich bin jetzt gerade vom Erdboden verschluckt. Die Scheiße ist jetzt nur... Wie soll ich jetzt RP weitermachen? Ich habe jetzt keine Verfolgungsjagd mehr mit den Cops. Das mache ich jetzt. Hä? Ich muss es jetzt irgendwie den Cops sagen. Warte mal, wie meine ich das am besten? Scheiße. Jetzt am besten das Ding hier ist, ist das ganze RP im Arsch wegen mir. Aber ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Ja, komm, was ist das? Äh, Andy Cops, falls ihr diesen Stream sehen sollt, es tut mir leid. Ich werde euch nochmal... Wobei, jetzt kann ich das... Ich kann das ja nicht herspornen, das ist ja scheiße, ist das. Jetzt bin ich ja eh weg von den Cops. So ein Scheiß, aber auch. Wisst ihr was, wenn ich noch ein zweimal muss, beziehungsweise von oben? Ja, ist halt... So, wie kommst du mal her heute und sagen, dass gerade ein Malheur passiert? Was soll ich denn machen? Ja, komm, das ist doch scheiße. Es war nicht Bug-Using. Ich habe es... Guter Fluchtweg, ja, ohne Scheiß. Das Problem ist... Das Problem an dieser Stelle ist, ich habe vergessen, dass du dort nicht hinfahren kannst, weil du durch den Boden verschickt wirst. Das war jetzt... Leute, ich habe jetzt no shit. Ich habe jetzt nicht Noclip angemacht. Ich kann euch das zeigen. Warte mal. So sieht Noclip aus, ja? Das ist Noclip. Pass auf, ich fliege da jetzt nochmal hin. Ich zeige euch das nochmal. Das ist so eine Stelle, wo du runterfällst. Hier. Hier ist die. Hier. Und hier steht jetzt das Ding. Warte mal, ich muss das... Ich muss das über den Kopf abklären. Warte mal, ich stehe das bitte. Äh, Entschuldigung. Ah. Äh, mir ist da hinten gerade ein kleines Malheur passiert. Wisst ihr, was wir machen? Wir fallen... Ja, ja, ja. Wir fallen... Ihr gebt mir... Ihr gebt mir ein paar Sekunden Vorsprung. Wir fahren weiter, okay? Ja, eigentlich nicht. Es geht nicht an das. Ihr habt mich nicht gesehen. Ja, ich bin mit dem Fallschirm runtergefallen. Das ist schrecklich. Okay, warte. Sagt, wenn ihr alle auf Position seid, ja? Dann machen wir schön weiter hier im Film. Dankvoll. Das ist immer so flach. Ja, warte mal. Der muss ja noch einsteigen. Achso, der muss ja einen Tank befüllen. Ja, da warte ich nicht. Alexa, stopp!